Ich bin Flipse. Ich bin Späti. Und heute spielen wir eine Runde 4 gewinnt in Löwenfarben. Du darfst jetzt, jetzt darfst du auch machen. Links. Mach nicht. Nein, der war gut. Ehrlich gut. Ich bin so defensiv gerade. Es ist hier keine Gelegenheit anzugreifen. Oh ja. Ah, Spaß. Schlimm ist, wie das kommt. Ich glaube, ich bin so durch. Ich bin jetzt für den Auer. Das war unsere Challenge. Vergesst dich zu liken, eure Freude zu markieren und zu kommentieren. Das war unsere Challenge. Vergesst dich zu liken, eure Freude zu markieren und zu kommentieren. Jochenland. Vielen Dank.